Noch 2,9 Sekunden sind zu spielen, das Team in Schwarz braucht einen 3-Punkt-Wurf. Aber der Verzweiflungspass landet beim Gegner, Spiel und Saison vorbei. Doch dann kommt Khalil Edney noch einmal an den Ball und wirft in der allerletzten zehntel Sekunde bei zwei Punkten Rückstand aus der eigenen Hälfte den Korb seines Lebens. In so einer Situation kann man schon glauben, dass da ein Engel im Spiel war, so wie der Wurf noch reingefallen ist. Für alle Basketball-Unkundigen zur Erklärung, der Ball muss die Hand verlassen haben, bevor die Spieluhr abläuft, fällt der Ball in den Korb, zählt der Wurf. Diese sogenannten Buzzer-Beater können Spiele entscheiden, so wie eben dieses Match der New Rochelle High School gegen Mount Vernon in den USA. Selten gelingt ein solcher Wurf, aber aus der eigenen Hälfte so gut wie nie. Das Video verbreitet sich gerade viral im Netz und für New Rochelle geht die Saison weiter.